Sucht da mal bei YouTube nach 1930 06 Steffel Runge. Ihr werdet so viel Material finden von diesem Traktor, der schon so viel Geschichte geschrieben hat. Und hier heute ist es mal nicht der Morgenschreck. An diesem Wochenende steht das Ganze so ein bisschen unter der Deutsch-Flagel hier. Mit Landtäckig Mayer natürlich als unseren Sponsor. Und jetzt geht's los für Steffel Runge und seinen Deutsch. Oh, Junge, 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 Steffel Runge, der Pfalfe ist in Tokoschlaufwerk hier in der Arena. Und am Ende steht er hier bei der Ansichtwetermarke. Er muss den Traktor abstellen. Hey, Pfalmers, wo ist der Applaus für Steffel Runge? Junge, 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 Junge. Da zeigt er sich im Publikum. Eine Stelle ist ab, habe ich das Gefühl. Nichts Grammatisches. Nichts Tolles stimmt, aber es sah gut aus. Der Schlau ist runter, der Trost runter. Kein Ladedruck mehr, würde ich sagen. Oder zu viel Ladedruck. Ja, zu viel Ladedruck für den Moment. Wir gucken mal. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020